Krasser Scheiß, dass das nicht gewandt wurde. Aber da soll wohl ein bisschen... Sollen wohl Early Killsteam da fallen. Wunderbar. Sanguine Falco. Call of Fire ist für Top 8. Es geht los. Ich muss gestehen, ich weiß von Yoshi, dass viel A gedrückt wird. Und Wiford drückt viel B. Okay. So, und irgendwie passiert dann ein Match-Up dadurch. Aber ich denke, da steckt mehr dahinter, als ich gerade erzählen kann. Wenn hier jemand mit mehr Knowledge unterwegs ist, darf er oder sie gerne mit kommentieren. Bisher noch ziemlich easy. Ich weiß, dass Wiford Trainer dazu neigt, sehr früh mit diesem Sunbeaker-Dingens-Buff ganz viel Schaden auszuteilen. Uh, aber so langsam wird die Führung ausgebaut. Und so schnell kann es sich auch schon wieder ausgleichen. Oh, da war der Erd. Schade. Ja, damit geht Sengu in Führung. Und Gleichstand. 2 zu 2. Ja, das scheint hier ein ausgeglichenes Duo zu sein. Das steht also bis zum Ende offen. Das war Dirtzy. Ja, well, das war ganz definitiv Dirtzy. Ich gebe dir da recht. Aber von beiden Seiten muss ich auch gestehen. Uh, wieder Offstage erwischt. Oh, das ist sehr, sehr schade. Da war der S.D. Ja, das ist jetzt die Frage. Wird es Falco schaffen, sein Comeback zu holen? Ja. Sehr schön, das wollte ich hören. Zeig es uns. Gib es uns. Ähm, du bist beteilig und ich kann einfach weiterentwickeln. Show uns dein saustigst Wiford Trainer Spiel. Das kann... Lass mich meine Hände machen. Das Messer ist Dirty. Sweating hands after doing so many exercises. Ja, right. Yes. Yes. Okay. Yeah. Ky gosh. Oh, da kommt er wieder. Er hat seinen Pore-Up-Boost genommen. Hände gewaschen. Was wird jetzt passieren? Ich weiß nicht, man muss es nicht verflügt werden. I guess. Oh, die Sonic-Musik. Wir haben Green Hill Zone. Krieg ich richtig Dreamcast-Erinnerungen. Ach so, ja. Vielen Dank. Game... Game Art 1 hat Sango gewonnen. Mit zwei Offstage-Kills und einem SD von Falco. Aber grundsätzlich sah es ziemlich ausgeglichen aus. Also es kann auch noch viel passieren. Falco will jetzt seine Hände waschen. Und das ist der Power-Up, den er benötigt. Uh, da war der Spike wieder. Ja, was wird Falcos Antwort drauf sein? Italien Offstage. Das könnte der Moment sein. Aber wir gehen wieder zurück in Nürte. Rangelo hat sich seinen Stage-Controller wiederholen können. Was soll aufhören? Äh, 2-0 für Egg-Rise. 2-0 für Egg-Rise. Yo. Und da haben wir... Ich weiß nicht, dass ich hier nicht verstehe, dass ich hier nicht verstehe. Wow! Das war's für heute. Das war's für heute.